Ja, wer macht die Ansage? Ja, ich hab erst mal ein Standbild. Du hast ein Standbild, wunderbar. Ah, jo. Also, ja, dann mal willkommen zurück zum Let's Play Together Rust. Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt, wir müssen jetzt Kohle. Wir sind jetzt auf der Suche nach Metallteilen erstmal, da wir mittlerweile eine Aufnahmepause dreimal geradet wurden. Ich hab uns kurz an ungeschlossen, wenn wir alles zusammen haben, ein neues Plätzchen zu suchen. Aber dafür brauchen wir erstmal die ganzen Metallteile. Da kommt doch schon der Dritte. Hallo. Sag mal Hallo. Hab ich doch schon. Wer bist du denn? Ich bin der Flames. Wie alt bist du denn? 28. Wo kommst du denn her? Wo ist denn der jetzt? War richtig jedoch nicht. Deine Augenfarbe, deine Körpermache. 90, 60, 90 und das andere Bein auch. Flames. Mach doch unglaublich. Hast du ne Freundin? Ne Quatsch, jetzt verringen. Nein, nicht verringen. Ja. So. Ich wollte gerade sagen, dann gehen wir mal los, oder? Auf, Wink. Go, go, go. Ja. Ich nehme noch schnell den Pfeiler mit, dann komm ich auch raus. Ich habe 47 dabei. Für mich reicht. 20 mit. Für mich reicht das. So wollen wir nochmal los. Ich bin ja der Bären-Töter überhaupt. Und wie ihr seht, Leute, das Gras ist nachgewachsen. Ja. Ich habe auch Pause eingelegt. Oh, warum denn? Nicht gut für die Lunge. Ach, Quatsch. So. Ja, wir sind heute nur zu dritt momentan, aber es werden wahrscheinlich noch welche hinzustoßen. Ihr kennt das ja aus den ersten zwei Folgen, dass plötzlich Leute einfach kommen. Da ist ne Hütte. Da ist ein Bären. Da ist noch der Rucksack von dem einen Tybi. Ich gehe mal gerade da schnell ins Haus, aber da ist nichts. Weißt du was? Nein, da ist nichts. Da kommt ein Bär. 300-Style. Natürlich treffe ich nicht. Das ist ja die Ware braucht. Wölfchen kommt. Oder was ist denn, was ist da hinten? Ja, das ist ein Wolf. Alter. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Oh, brauchen wir mal einen Shotgun, Blue Wind? Ich glaube nicht mehr. Achso. Du fahrst schon ab. Alles klar. Was soll man hier schönes? Ah, sehr schön. Ja, passiert. Hab ich hier was? Ah, da kommt schon der erste. Und die Eingang verbindt. Ich mal wieder. Guten Morgen und willkommen in der Aufnahme. Ah, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zuhören. Sanfte Grüße, so ist es. Sanfte Grüße. Ich sanfte... Da komme ich ja gerade richtig. Dann rostet ich gleich mal mit. Also ich grüße... Der rostet, der rostet. Also ich grüße immer hart. Ich bin so der Hardcore-Grüßer. Linker Bär kommt. Und kaum ist die Aufnahme wieder gestartet, habe ich... Keine Skills mehr. Ah, ich habe ihn getroffen. Ja, der Bär kommt. Der Bär kommt. Ja? Alter, bin ich gut. Oh, bin ich gut. Oh, bist du hier der Viech. Kerstin. Andy, brauchst du den mehr? Ja, ich brauch, ne? Ich schaue mal nicht. Ja, ich auch. Hey, da war der Bär, komm mal her. Da ist ein Boni. Hau ich dir den gleich mal vor die Füße? Ja. Schön. Merci. So. Oh, der ist schon down. Ich hole mal da hinten den Wolf. Ich versuche zumindest mal. Oh, ich habe ihn getroffen. Level up. Yeah, ich bin Level 2. Bin ich gut. Alter, ich habe Vollskill und so. Also ganz ehrlich, ich skille jetzt mal auf Treffsicherheit. So. Ist da vorne jemand? Ja, das bin ich. Ah, das bist du. Okay. Oh, ich komme irgendwas. Da kommt ein Bär. Ich versuche dir zu helfen. Ähm, ja. So, ein Schuss. Das ist, yeah. Ich habe schon wieder Lederboost gefunden. So. Ah, da ist noch ein Bär. Oder ein Wolf. Ne, ein Bär. Den hole ich noch. Oh, ein Research Kit. Habe ich gefunden, den. Irgendwann zwischen den Containern ist auch noch irgendwas. Da hinten ist schon jemand drin. Ähm. Da kommt das gleich was angerannt. Ich weiß nicht. Ein Bär. Ne, ein Wolf. Ein Wolf. So, sollen wir gerade noch schnell da reingehen? Ich laufe schon. Ich laufe schon. Okay. Okay. Bin denn noch niemand links hinein? War da jetzt nichts besonders drin bei dem Wolf? Papers. Papers. Ja, siehst du. Leute, dann ist das Gras bald wieder weg. So. So. War was besonders drin im Haus? Jetzt noch nicht. So, da bin ich. Sehr gut. Munition und Gunpowder. Also wenn du Raidpills brauchst, ich habe euch dabei. Ja, auch. Also die brauchen wir nur zum Raiden die Pillen, ne? Raidpills. Ja, meine Damen und Herren, wir haben auch so einen Let's Player hier in der Gruppe. Der Flache, willst du weißt? Ja. Der Sarasa ist sein Idol. Ah ne, nicht wirklich. Guten Morgen, mein Huren. Ja. Guten Morgen, Hase. Ah, links haben wir. Rechts Bär, links Wolf, oder? Oder ist es links ein Bär? Das ist links ist Bär. Bär. Und da hinten ist auch ein Bär. Den hole ich gerade. Oder das hat schon jemand geholt. Pass auf, da kommt ein Bär auf dich zu. Ähm, der ist tot hier oben. Level Up, Level 3, ne? Da unten ist einer am Hangar. Ja. Ja, der hat auch den Bär hier gekillt. Der läuft am Hangar lang. Ich bin bereit. In den Hangar. Ja, da unten sind zwei. Zwei. Die schießen. Wolf. Kommt ein Wolf, da kommt ein Wolf. Oh fuck. Weiß Wolf. Komm mir den mal ab. Die schießen unten. Schießen. Also der eine hat mal geschossen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt wahrscheinlich den anderen killen wollte. Also, ja, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Schossen aus. Hier hatten wir unsere ganzen Waffen hin. Oben Kiste. Ja, also die meisten haben ja noch welche mitgenommen. Sind wir alle? Also ich bin bei dir. Ich wollte gerade den Wolf. Ah, da unten ist der dritte. Ja. Ja, das wird von mir rechts die Straße lang, oder? Ja. Vielleicht kommt uns ja entliegen. Ja, wir müssen aber aufpassen. Weil wir haben die Kevlar-Sachen an und so. Ach, wir haben Aim. Ja, wir haben die Kevlar-Sachen an. Na, ich lassen ihn an. Ach, so, schaut aus. Jo, mach' mal an. Zack. Ich lassen ihn an. Es kann ja Sinn, dass was Wichtiges kommt. Zum Beispiel die tollen Sprüche von Hase. Momentan ist es da unten ruhig. Aber wir müssen brauchen, glaube ich, unten nicht hängen zu gehen. Da hat er wahrscheinlich schon alles gelootet. Ja, ja, glaube ich auch mal. Weil die haben beide alles gelootet, sie nicht getötet, da der eine den anderen umgebracht hat. So, wahrscheinlich. Das Zeug zu bekommen. Ja, ja, gut. Hm, ja, noch nicht so erfolgreich, die auch. Ja? Ich habe nur ein Research-Kit und ein Gun-Bruder gefunden. Lass mal rechts hier hinter den Hangar laufen. Okay. Wo das große Haus steht. Jo. Aber aufpassen. Ja, wir haben nur unseren Frontmann hier. Wer? Wir sind die Soldaten. Wir sind die Soldaten. Ja, Kommandant. Flensburg. Kommandant Flens, ja. Kann das sein, dass das Haus hier rechts dieses komische Tee weiter verfällt, ja, ne? Ja. Nee, 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 nee. Nee? Das machen die selber. Du kannst ja die Teile, die du gebaut hast, wegflopfen. Dass da keiner hochkommt. Das da ist das Admin-Haus, oder? Ja, das Admin-Haus ist ganz woanders. Das Admin-Haus, willst du das auch mal sehen? Dann kann ich dir das... Nee, ich habe es ja schon mal gesehen. Das ist ja nett. Hier sind nämlich noch Steine. Ja. Dann gehen wir jetzt Richtung... Gehen wir geradeaus gleich. Und dann rechts die Straße hoch Richtung Admin-Haus. Ich hole mal gerade den Stein da hinten, ne? Rauche da mal ein bisschen Gras. Denn das ist sehr ressourcenfressen. So. Komm weiter, dann können wir weiter. Alles klar. Guck mal nach hinten, ob irgendwas kommt oder so. Mhm. Ah, da vorne sind rote Tiere. Yay. Freigeschossen. Alter, was ist denn los hier? Ich bin im Spielwasser dran. Ich habe getroffen. Jetzt aber. Der ist down. Ins Gesicht geschossen. Oh, fuck. Da hinten war noch jemand, ne? Ah, das macht zwei. Oh, leck. Ich habe aber den Bein... Den Bein, den Bein, den Daumen getroffen. Alter, ich habe den noch getroffen. Ich treffe mal nicht mal, als wenn er direkt neben mir steht. Ne, ganz ehrlich, ich muss noch echt üben. So. Rechte Hüfte. Ah, der ist ein Stein. Der hol ich mal schnell. So, der hat nun nie dabei gehabt. Wenn ich die Suche nach Metall, dann ist das erfolgreich falsch. Ne, momentan nicht so. Sein habe ich. So, wo seid ihr? Da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Wo? Gerade zu. Das kann doch vielleicht Ragen sein. Ja, da hinten bei den Wölfen. Bist du das, Hase? Ne, ich bin im Haus. Ah, du bist im Haus. Ja, dann laufen wir nach links hoch, oder? Wo ist er denn? Da durch den Stein durch. Weil ich durch ist, laufen wir links hoch, dann müssen wir ihn abfangen. Da war ein Huhn. Leiser. Ah, wieder hin. Ah. Wo ist er? Einfach dem Wolf nach. Oder auch nicht. Doch, doch, doch. Da ist er. Da ist er. Wir verlaten hier nach neben dem Haus rum. Das sind wir. Wahrscheinlich, oder? Wo ist er? Ich sehe ihn momentan nicht. Kommen wir mittlerweile an C4 ran? Ach, ich glaube, das ist der Tippy, den wir eben haben. Richtung unserer Base, glaube ich, ist er lang. Alter, was seid ihr? Für Penna wartet ihr 24-7 auf mich. Wissen wir, dass du das bist? Ich hau mir gerade den Stein hier ab. Ach, wo war er das wieder hier? Ich habe einmal gegeltet. Hm? Ich habe mal auf jeden Fall gegeltet. Hast du ihn nicht tot, ja? Nee, der ist nicht tot. Ich bin oben bei den Tieren wieder. Wo seid ihr? Ah, da. Da ist Flens. Oben bei den Tieren. Ja, und hier vorne ist Norman. Da laufen auf jeden Fall zwei auf dem Feld rum. Was sind zwei? Na ja, hier so links von der Base. Alter, ich kann echt nichts. Und ein einzelner ist auch, äh, der sieht von Weitem nackt aus. Der fällt gerade Holz. Der ist ohne an hier, von der Base auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob ihr den meint. Dann kommen wir doch mal zurück. Ja. Hört sich von euch die an. Alles klar. Lalalalalala. Lalalalalala. Leicht. Wird er angegriffen? Ne. Oh, M4 im Anschlag. Ab geht's. Haha, tatsächlich. Der hat ihn gekillt mit der Axt. Päddo, Batsch, down. Mega, nigga. Da läuft er. Wo? Gerade vor. Oh ja, ich sehe ihn. Wollt ihr ihn holen? Ja. Ja. Dann locke ich mal zu euch rüber. Der leckt, der Typ. Der leckt. Oh, der leckt aber wie Hulle. Wo vorne läuft er. Alter, der lebt ihn, willst du? Da hinten. Da hinten. Alter, der leckt. Äh, mehr Handeln. Das ist überlegt gerade wie Sau. Ich wollte gerade sagen, du. Was hat er gehört? Oder was besonders? Oh, Hulk, Pickaxe mit Flair. All. Die Fackeln lasse ich drin. Ja, ja, ja. Also, mein Inventar ist voll. Ich weiß nicht, wie es war ich auch schon. Meins geht noch, aber... Dann geben wir noch mal, äh, ein anderer. Ähm, auf dem Server gibt's C4, ne? Ja? Ja. Weil dachten wir, dachten wir, dass es nicht geht. Vielleicht hat er sich erschreim gemacht. Seit gestern gibt's auch C4. Weil, wo wir hier angefangen haben, auch... Also, er schreibt nämlich gerade, auf meinem Server gibt's schon immer alles. Hm. Er hat's aber erst der Gebiet gehabt, welche aufbauen können. Und gestern hat er die Airdops für eingeführt. Oh, hier sind noch mal auch noch Steine. Da, da, da. Da sind ganz viele Steine. Mhm. Auf jeden Fall mit, ne? Wenn wir eh schon hier sind. Ja, klar. Airdrop. Gerade vom Airdrop bequatsch. Kommt, den, Anna. Ist ja geil. Der kommt in unsere Richtung, wie sie es anhört. Ja. Rückwärts, rückwärts. Mondo, weg. Komm, 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 schmeiß ab, schmeiß ab. Jawoll. Wo ist er? Ah, da oben. Das ist auf jeden Fall sehr zur Sache, ne? So viel kann ich sagen. Wo ist, wo seid ihr? Ah, da oben. Richtung Airdrop. Na, ist gut, alles klar. Yay. Versteck mich mal hier oben rechts in den Bergen, würde ich sagen. Ja. Also, du musst auf jeden Fall mit dazu kommen, ey. Bin unterwegs. Okay, ich glaube, der Materius, der meint nicht uns. Ne, der meint nicht uns. Oh, schaut schon toll aus, da, wie die Schatten da abgeworfen werden. Mhm. Boah. Alter, nein, jetzt haben wir die Beine gebrochen. Warum machst du sowas? Ich habe mich eine Minute ausgeliefert hier. Ja, ich warte kurz. Wie sie da schön hinunter segeln. Ja, ja. Ich bin auch gleich da. Also, die Aufnahme hat doch noch irgendwas. Ja, ja, Airdrop. Ich gebe euch von oben ein bisschen Backup, dass ihr looten könnt. Alles klar. Ja, ich habe gebrochene Beine. Ja. Ich kann nicht so viel machen. Baldisch. Flens, lauf nicht so weit nach vorne. Doch, der Airdrop ist gleich unten. Alles klar, ich habe einen von oben. Ja, ich komme gerade mit. Ah, meine Beine sind okay. Ja, Airdrop ist unten. Airdrop ist unten. Ja. Der kommt da von links. Da kommt von links einer. Ja, wo? Weiter. Okay, der ist da unten links. So geht es ab, gerade. Da schießt rechts oben. Ich schieße von oben. Okay. Los, geht an der Airdrop. Du musst Airdrop. Ja, da ist auch einer. Scheiße, ich bin tot. Killt ihn mal bitte. Killt ihn mal bitte und holt meine Sachen bitte. Wenn es geht. Er schießt nicht oben auf mich. Ich bin oben. Scheiße. Ich fasse down, Alter. Hau dir denn Airdrop. Komm. Versucht meine Sachen zu holen. Also auf jeden Fall nur die Kettler Sachen. Der ist hinten am Felsen. Geht am besten berghoch. Dann seid ihr sicherer, glaube ich. Habt ihr Airdrops? Rit, ich bin auch tot. Scheiße. Ah, das ist Levi's gewesen, ja. Na klar, Alter. Ich blute. Scheiße. Er hat richtig aufgepasst, Alter. Ja, Alter. Wie gehen die denn ab? Okay, das war's. Jupp. Alles weg. Hat er dir viel dabei? Ja. Voll. Natürlich schade. Jupp. Ja, Leute. So geht mal auf die Schnauze. Naja. Nein, das können wir nicht zeigen. Wie er also da umschwingt. Du musst gerade nur was gucken. Immer noch da hinten. Richtig. Richtig. Ohne, ist auch bald leer. Ah. Ich bin doch hier oben, aber hier ist viel los. Ich treffe gar nichts, ey. Hier ist viel los, ich hab ab. Wer kann alles von Kevlar irgendwas machen? Meine, einer kann alles spawnen. Dafür brauchen wir Metallzeugen. Hm, scheiße. Ich verziehe mich mal lieber, da habe ich keine Chance mit 14 Schuss. Alles klar. Bei drei Leuten. Der Luke scheint der Verlor zu sein, schade. Jaja, wir haben sich die... Oh, und noch ein Restart. ...one Twiders geholt. Gibt jetzt noch ein Restart? Ich will zumindest meine Sachen wieder haben, ey. Hm, die sind glaube ich weg. Ja, glaube ich auch. Ja, Server ist down. Jetzt macht er ein Restart. Na gut, dann sehen wir uns ja nächster. Ja, das ist eigentlich gerade perfekt gewesen. Was, Server ist down? Ja, ich restart. Bis zur nächsten Folge dann. Jo. Bis zum Down, ja. Ach, tatsächlich ist schon Down. Und, ciao, ciao.